Hallo meine lieben Robbenfreunde, hier spielt euer Robbenpräsident Robby. Heute zeige ich euch mal die Kriegsbericht einmal von gestern, wie es danach auf der Weltkartezeit aussieht. Und die Kriegsbericht von heute, natürlich noch, ist gleich dahinter. Fangen wir mal mit die Kriegsbericht von gestern an. Da sah es auch so aus, es sind 6704 Robben schon gefallen und alle Füchse. Und wir wurden schon 10.000 Pinguine sind schon gefallen und wir haben nun ein bisschen Land zurückgeobert. Wie ihr sehen könnt, hier auf der Karte, wir haben ein bisschen Land zurückgeobert. Und dann gehen wir jetzt auch gleich mal zum heutigen Kriegsbericht und der ist viel schlimmer. Nämlich hier könnt ihr ihn sehen, es sind schon 710 Robben gefallen, damals sind wir noch 1.000 oder 1.500 Robben. Es sind schon alle Füchse gefallen und es sind schon 10.876 Pinguine gefallen. Und wie ihr hier sehen könnt, die Pinguinen haben uns richtig weit erobert. Wenn das so weitergeht, müssen wir glaube ich demnächst kapitulieren. Also ich glaube, spätestens morgen werden wir kapitulieren. Deswegen eine Aufforderung an die Adler und an die Katzen, bitte unterstützt uns. Und wenn ihr uns jetzt nicht unterstützt, müssen die Robben leider kapitulieren und damit haben die Pinguinen den Krieg gewonnen. Bitte an die Katzenpräsidenten oder den Adlerpräsidenten, bitte. Wir brauchen jetzt eure Unterstützung. Ich glaube an euch.